Wow, ich glaube, wir sind da. Ja, das ist die wilde Insel. Sagtest du wilde Insel? Ja, wegen der vielen wilden Tiere. Wilde Tiere? Ja, sie haben wirklich spitze, große Zähne und spitze Krallen. Was? Ja. Warte. Und sie haben den Drachen gefangen, damit er die Insel immer und immer wieder hochziehen kann. Warum sollte das jemand tun? Weil sie versinkt. Ist das eine Rettungsmission? Hat dir die Katze etwa nichts davon erzählt? Nein, gar nichts. Ja. Überraschung! Ich bin tot. Ich bin tot, was ich bin tot. Ich bin tot, was ich bin tot und bin tot. Bis zum nächsten Mal.